Dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven, denn die Gameplayerin fährt Autorennen und Motorradrennen und Bootsrennen und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut, aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Viele Leute können sich nicht zwei Autos leisten. Deswegen fahren sie auch im Alltag mit ihrem Rennwagen. Solange du mir nicht sagst, da sitzt dein Baby drin, ist alles gut. Coconut... Muss ich ja das auch einstellen, weil so sag ich es ja nicht. Warte mal. Coconut Grove? Auf welche Stufe? Auf Normal, ne? Auf Normal, ja, ja. Okay. Wenn du hier reinfährst, dann kriege ich jede Einladung, oder? Ja, ja. Du musst es ja auch gekriegt haben, oder? Ja, er hat die Einladung angenommen, steht hier, aber ich kriege gerade keine. Nee, du bist ja reingefahren mit. Du hast sie auch angenommen, hat er mir gezeigt, oder? Ja, aber ich habe... Nee, angenommen nicht, aber ich bin ja irgendwie trotzdem immer mit drin, keine Ahnung. Ja, weil du neben mir fährst. Wenn du aber nicht am Standort bist, dann musst du sie annehmen mit Y und bestätigen, dann wirst du da hingegehört. Telefon... Äh, was ist denn der Karre los? Oh, weia, ich habe die falsche Karre gemacht. Wie fährt die denn? Äh, hallo, sollen wir nicht hier hin? Nein, du sollst auf deinen Punkt fahren. Du sollst auf den Punkt fahren. Der Punkt ist hinten, wir starten immer von hinten. Ich bin sonst immer einfach von hinten in die Leute rein. Die Leute auch. Von hinten in die Leute rein? Ja. Wie eine Kiste. Boah, ist das euer Ernst hier? Die machen ja hier... Entschuldigung, wollte ich nicht umfahren. Bei den Arztwächern brauchst du dich nicht entschuldigen. Nein, äh, das sind die Fußgänger gerade gewesen. Ach so, das ist ja ganz normal. Boah, wenn du die Strecke so gar nicht kennst, ne? Oh, fuck. Was hast du da für komisches Ort, ey? Das ist ein, äh, Mustang-V-A. Ja, 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 ich habe dich auch lieb. Ich wollte den mal fahren, ich habe den die ganze Zeit noch nicht gefahren. Wer ist denn her? Gibt es hier auch eine Abkürzung? Nääääää, hier glaube ich nicht. Scheiße, ja. Ich muss dich erst reinfahren. Ah doch, hier gibt es eine kleine Abkürzung. Das war eigentlich immer. Oh, scheiße. Das ist aber wirklich grausam, wenn du dich hier gar nicht auskennst. Das war aber scheiße, jetzt ist die Abkürzung, das weißt du ja. Ja, die war scheiße. Das war Kacke. Hast du die auch genommen, oder was? Na, ich bin voll gegen die Wand, zu den Zahnwagen, oder? So bist du so schnell, hast du zu lauter goldene Sachen, keine Autos? Nein, ich doch nicht. Na ja, überhaupt nicht. Ich habe ein paar Pinke. Aber... Pinke ist gut. Pinke ist für Mädchen, Goldene ist wie für die Männer. Ja, ja, genau. Alter, wieso fährst du so schnell? Na, ich weiß nicht, in letzter Zeit kackt er total auf. Wobei ich aber das Gefühl, er cheatert ganz leicht. Nee, 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 nee. Also, na, die Serienhüpfer schaffe ich nicht mehr als 1,42 und du bist sechs Sekunden schneller. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, dass ich alles herumprobiert habe gestern. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich habe die schnellste Antwort genommen. Ich wollte den Aufnahme geben. Ich wollte den Aufnahme geben. Ah, du hast da... Ist ja genauso... Warte, nur... Ich werde da noch einmal New York fahren. Und ich habe mir aus dem YouTube geantwortet und dann die Abkürzungen rausgeholt. Aber die gehen nicht mehr, die gehen nicht mehr. Natürlich gehen sie, sicher gehen die. Ja, aber die machen dich langsamer. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich einen Berg runterstürze, bis zum nächsten Streckenposten, wo soll da langsamer sein? Nein. Überhaupt nicht. Der hat... 10 Minuten hat der sich reingeholt. 10 Minuten. 1,24 oder was ist der da? Ja, aber das zählt nicht mehr. Wieso soll das nicht zählen? Also, nee, das geht nicht mehr seit dem Patch. Weil du im Gelände mit den Straßenwagen gebremst wirst. Da geht es gar nicht ums Gelände. Der springt über Felsen drunter. Ja, vielleicht so eine Abkürzung geht. Aber wenn du da irgendwo, dass du dich richtig triffst, verlierst du da drunter. Achso. Und dann nicht über die Wiese fahren, das kannst du vergessen. Der springt richtig über Felsen runter. Weißt du, wenn du nach Joshua oder wie das da heißt, da runterkommst, dann kannst du einige Kilometer abkürzen. Also, das werde ich dann auch machen. Dann ist der nicht seine im Arsch. Dann sage ich doch, wie sie ist. Jetzt hat dein scheiß Ferrari, ne? Hat gegen so einen amerikanischen Massecar verloren. Was ist das denn? Ich habe erst angefangen zum Spielen. Ich muss erst einfahren. Achso. Nein. Da kannst du doch nie so weit fahren. Wenn wir dann gesehen haben, oh, guck mal, da ist der Jay. Wo der fährt denn her, ne? Der kommt von der Strecke außerhalb und fährt mit durch, ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann fährst du auch mal her. Ja. Um sie zu schlagen, musst du deine Muskeln ordentlich spielen. Sippe schon. Ist das Miami, oder? Ne. Ich fahr mal rein, ne, oder? Ach, du bist das. Ich dachte, da ist noch einer gekommen. Ja, wir müssen ja Silke auf Kult-Level bringen, damit sie dann auch die ganzen... Sie hat dann noch keinen Hypercar freigeschaltet. Gar nichts. Das ist ja alles noch nicht. Entschuldige, dass ich erst am dritten Tag jetzt wieder drin bin. Ja, das ist doch normal. Ja, aber was willst du am dritten Tag? Da hast du ja gar nichts. Da hast du ja gar nichts. Da hast du ja gar nichts. Wie ich auf die 10 Millionen kommen soll, weiß ich nicht. Ja, 10 Millionen. Ja, aber das ist nicht insgesamt. Ist das nicht insgesamt? Na, das musst du doch haben. Bis sitzen. Echt? Ja. Wenn ich 5 Millionen habe, gehe ich wieder einkaufen. Ja, ich hole mir immer die Bundle, weil damit kriege ich die Pfanne. Ich habe alles gekauft, was jetzt daraus kam. Alles kaufe ich. Also, ja, das waren ja nur drei Maßnahmen. Ja, ich habe hier. Oh Scheiße, ich habe nicht gestartet. Das habe ich gemerkt. Und ich habe gerade eine abbekommen vom Hannes. Entschuldigung. Ja, ja. Ich habe auch... Du darfst... Das haben wir gleich am Anfang gesagt. Entschuldigung. Gibt es keine. Weil du... Du rampelst oft den anderen unabsichtlichen Handel. Tut mir leid. Also, das... Unabsichtlich war... Du bist auf meiner Liste. Du... Du bist auf meiner Liste. Du hast nicht mit einem Tapetenwechsel. Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel? Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel? Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel? Ja. Ich versuche die Gruppe anzuführen. Ich habe jetzt dank des Moderators nicht so viel verstanden. Oh fuck, ich bin auch da reingefahren. Das ist scheiße, wenn einer schlecht vor mir fährt. Du bist da ein bisschen... Was heißt nicht, was schlecht? Ja, weil du da gegen die Wand gefahren bist. Da bin ich auch hinterher gefahren. Du fährst ja in meinen Winchart, du bist so gefahren. Okay, zwei haben rechts abgekürzt, ich glaube, das war eine Abkürzung. Was, was, was? Ja, ja, Platz ist zwei, drei, die sind nämlich noch hier. Wenn ich die erwische. Ach so, ich habe Kontrollpunkte. Ach, da kriegst du ja auch noch Sterne für. Was? Ja, durch 25 Kontrollpunkte oder so bin ich gefahren. So, da kriegt man auch was? Ja, ich kann es nicht so sehen, wer die am Fahren sind. Weißt du, da kommt immer irgendwas rein. Ja, das ist das, was sie bei uns schon berechnet haben. Also das Einzige, was mich stört an den Hobbys ist, dass das so extrem ins Bild aufblätzt, dass du dann momentan nichts siehst. Das hätte es ein bisschen transparenter machen. Das ist der Arsch, ey. Der hat einmal kurz Nitro draufgetitscht und schon hat er mich überholt. Was? Geschleicht dich! Alter, du bist der Ärger als im BVB! Ich brems die Kurve an und er fährt noch rein. Ich auch! Alter, so ein Arsch! Alter, so ein Arsch! Alter, so ein Arsch! Und dann fährt er noch vor mir ins Ziel in der Sack! Ich führ die ganze Zeit auf die feinste Kurve an, damit ich es ordentlich wegle, und der knallt mir hinten hinein. Ja, weil du so, du hast viel zu früh gebremt, oder was? Nein, ich habe nicht zu früh gebremt. Ich habe halt vielleicht ein anderes Auto als du, ich habe halt früher gebremt. Alter! Ja, das ist das doofe halt, das habe ich nicht gesagt. Ja, das ist nämlich so wie bei BVB, weil da kennt ihr die leider... Boah, jetzt ist dieser Arsch mir reingefahren, ey. Toll! Der hat mich voll abgedrängt gerade, ich hätte noch die 100% bekommen. So 500.000 Punkte, was ich so mache, das kriegst du... Nee, nee, nee. Also da würde ich mal sagen, das ist alles gecheate, das ganze Getrifte da, weil... Ah, das ist nicht gecheate, das ist Können. Nee! Das ist Können. Und außerdem habe ich da immer noch, weil ich das nicht mag... Ach, jetzt hat er mir... Hä? Wen habe ich denn jetzt? Scheiße! Ja, er hat das Auto gewechselt. Ja, warum? Na, weil wir mit diesen, weil das das Thema ist bei dem Rennen. Wir müssen mit diesen Wagen fahren. Oh scheiße, ich habe den nicht gelevelt, glaube ich. Und dich dann mit dem Camaro mitfahren? Aber den habe ich leider noch nicht. Das ist ein Leihwagen. Ja. Meiner ist schon gelevelt. Der ist gold. Dann bist du ja jetzt weg gleich. Meiner ist auch gold, aber nur das Auto. Ja, das Auto ist auch gold bei mir, aber ich habe da nichts reingesteckt in den, glaube ich. Ja. Siehste, was ich meine? Die hängen dich dann von allen Seiten zu, dass du nicht durchkommst. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da ist Verkehr auf das. Boah, die KI geht mir auf dem Dach gerade. Ja, ich habe die ein bisschen geschoben, dumme Leid. Boah, bricht der aus. Scheiße. Ja, das sind die Maserkars, die dann heben. Ich habe einen ganz, ganz tollen auf GTA gehabt. Der ist auch richtig geil in der Kurve gewesen, aber der hier bricht ja richtig aus. Hast du dir schon die Lackierungen angesehen, die du machen kannst bei den Autos? Ich habe eine ganz tolle Lackierung fürs Boot. Und fürs Boot hat sie irgendwas geholt. Und für ein pinkes Flugzeug. Genau, das mit dem Einhorn. Genau, ein Einhorn. Ich fand das irgendwie lustig. Aber das Auto habe ich cool. Äh, das Boot habe ich cool. Man macht ganzen Gas vor. Wow. Seid mal. Fette Arsch mir hier auch noch rein. Ja, ich habe keinen voll ausgestattet, genau so wie du. Dann kann ich nur das gehen, wie ich will. Dann komme ich nicht hinterher. Jetzt habe ich noch mal eine Chance. Ich fahre gleich wieder rein. Ich komme von mir hin. Du musst aufpassen, das mag er gern. Nichts von Männern. Nein, das stimmt nicht, genau. Lisa, ich sehe dich. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Zum Glück, glaube ich. Ja, ganz zum Glück. Lisa, ich sehe dich, aber ich kann dich nicht überholen. Die Lisa ist scheiße. Das ist so ein Hackes. Lisa ist die Böse, ja. Also bei der KI-Team war... Terence ist der. Terence ist auch scheiße, ja. Lisa... Und das Code. Aber vielleicht ist es ja auch gut, weil Weibwölfen-Spielern ist vielleicht... Au! Fuck! Der Baum ist auch böse. Bei uns ist es dann die Weibwölfen. Also die Lisa ist auf jeden Fall eine. Also seit dem letzten Patch, ich muss dir mal anschauen, kannst du in Ass fast nicht mehr durch den Karkwinnen. Hä? Echt? Ja. Ich habe alle gespielt, bis auf eine Strecke, die ich gespielt habe. Ja, sie gehen dem nach. Das ist dieser Scott, der ist mörderisch. Ja, ja, ja. Das stimmt. Der hat den einzigen, der Cheatete. In der, die ich nicht... Oben. Ja, oben in diesem, dieses große Rennen da. Wo wir rum immer fahren. Da habe ich das, äh, die Woche sogar einmal verloren bei Haus. Denk mal. Das gibt es nicht, weil ich es ausprobiert habe. Es hat sich in einem Forum geäußert dazu, was ist da los. Das war vorhin ja nicht. Und ich habe gesagt, jetzt probiere ich das aus. Ich bin langsam als die Bestzeit, was ich gefahren habe, was ich eh gefahren bin. Und der hat, äh, also schneller als die Bestzeit, was ich geschafft habe. Bis jetzt. Der hat mich, der hat Sporn an. Also ich bin ja nicht nach Sporn an. Nein, ich war fast da. Du hast das Ziel gesehen. Ja, das ist auch so eine Errungenschaft, ne? Wenn du das Ziel zu erreichen. Echt? Also wenn... Ja, das haben wir dann beim ersten Mal festgestellt. Ja. Was? Was ja. Habe ich angenommen. Welche? Was? Eine Eventanfrage. Ich wollte eigentlich nur mal eben eine Runde machen. Wie sollt ihr jetzt Eventanfragen bekommen? Von dir? Wir fahren... Wir fahren da jetzt mit. Wir machen jetzt Rally Ride. Jetzt machen wir Rally Ride. Ah, Scheiße. Jetzt hat er mal das falsche Motorrad gegeben. Ja, dann nimm dir eben ein anderes. Ja, das geht nicht mehr. Ehm, fass. Wieso? Was hast du da für einen? Ach, ich muss auf euch warten. Na, kann ich nicht. Ach, du bist doch schon da vorne. Ja, ich kann es. Ich muss mit dem da fahren. Mist. Die ist nicht durch die Gerrit. Also... Ich werde es verlieren. Deswegen verliere ich jetzt. Nein. Nein. Nein, das liegt nicht daran, Hannes. Oh, ja. Bei normalen fahre ich mit der BMW. Das ist ja... Fuck. Aber ihr seid alle durchsichtig, hä? Während du durch die Natur heizt. Ja, das ist bei diesem Reiner. Damit wir uns nicht... Damit wir uns nicht abschießen. Ja. Ja, seht ihr. Ich bin schon hinten. Wenn ich mit der BMW jetzt gefahren wäre... Au. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, folgt mir einfach. Da sind doch die Streckenmarkierungen. Da musst du sonst Rollbogen immer fahren. Ich folge Hannes glaube ich gerade. Ja, das ist ein Fehler. Ich habe schon auch gerade gedacht. Aber dir zu folgen ist auch nicht immer gut. Deswegen... Ja, das ist auch nicht gut, ey. Ja, da bist du. Siehste? Siehste? Und schon bist du vor die Wand gefallen. Folge keinen Mann. Nee, das ist... Das habe ich mir abgewöhnt. Entschuldigung. Au. 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 Ich glaube ich habe einen Kontrollpunkt gefunden. Aber ich fliege gerade. Und überkommt. Aber du hast auch keine feste Strecke irgendwie. Oh. Seine ist nichts eingezeichnet. Nee, die hast du nicht. Die beiden sind komplett anders. Oh. Fuck. Ich habe mich jetzt sowas von verkauft. Nein! Du sollst hier oben abspringen. Dich nicht überschlagen. Hallo? Ich versuche gerade meinen eigenen Ghost zu jagen. Ich weiß nicht wo ich hin muss. Ich habe keine Markierungen. Ja. Guck da auf der Karte. Siehst du den Kontrollpunkt? Ja, da sehe ich doch nichts. Ups. Was? Ich habe mich verfahren. Aber sowas von mir. Nein. Was machst du denn da? Ich habe mich total verfahren. Und ich habe eine Minuszeit hier. Das heißt... Ja, voll. Ich habe mich voll verfahren. Ich wollte was probieren. Aber ich bin total verhandelt. Was? Ach, der wurde mir entschieden. Ich habe mal eine andere Strecke probiert. Ich habe eine andere Strecke probiert. Ich habe eine andere Strecke probiert. Ich muss jetzt rückfahren. Wie Strecke verlassen. Hallo? Alter, ich weiß nicht mehr wo ich bin. Ja geil, wo ist denn die Strecke? Hä? Ich verstehe das Ding nicht. Ich bin nicht wieder drin. Wie können wir das neu starten? Ich bin völlig... In seinen oberen Tasten. Ich bin total frei. Warte, ich bin im Ziel. Jetzt hast du jedenfalls durchfahren. Ich muss komplett zurückfahren. Komplett. Da habe ich den falsch abgebogen. Ich muss zurückfahren. Ja, beende das Rennen hier. Seid lustig. Wo soll ich denn hin? Ich habe hier keinerlei Wegweiser und nichts. Da wo ich bin. Kuss Gott. Er kam mir gerade entgegen gefahren. Ich weiß nicht, wer von uns beiden jetzt... Ach, ich habe eine Markierung. Ja, aber meine Markierung... Ja, ich bin nicht falsch. Ich muss den Kontrollbuch... Ich bin nicht vorbeifahren. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Kontrollbuch... Ich habe das jetzt völlig verkackt. Weil ich total falsch abgebogen bin. Du wolltest zu Pieren. Ich glaube, ich hatte gerade... Teamgeist hier. Ja. Ich habe auch echt einen Teamgeist gerade. Wir können es doch einmal spielen. Aber dann möchte ich mir ein anderes Motorrad nehmen. Weil ich habe nämlich bei dem Motorrad... Nee. Ich habe bei dem Motorrad alles ausgebaut, weil ich das gebraucht habe für einen Summit. Ja. 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 Ja.